Öffnen. Und schließen. Vor allem schließen. Das war jetzt zwar laut und nicht vorsichtig, aber egal. Hier ist noch ein Teil eines Bohrers. Zunderbüchse. Man merkt, dass ich ein wenig angespannter bin als vorher. Woher kommt das Licht eigentlich? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, ich brauche erst noch den... Wo ist denn der letzte Teil des... Komm ich daher, oder? Hier. Ich weiß es nicht. Da komme ich da gerade raus. Okay, da komme ich gerade raus. Die lasse ich mal auf. Ich glaube hier, ne? Da komme ich da her. Mach mal hier. Mach mal Nachtsichtmodus. Hier ist noch ein Dings. Okay, ich mache hier mal zu. Hier ist noch eine Zunderbüchse. Und... Hier ist noch eine Zunderbüchse. Und... Jetzt habe ich kein Öl mehr. Fuck! Nope, habe ich nicht. Wo ist denn das letzte Teil nochmal? Sehr geil, wenn ihr nicht weiß, wo du bist. Ich mache hier mal die Kerze an. Oder wenn ich weiß, dass ich schon hier war. Na, ich lasse einfach mal die Tür auf. Oh, ist das dunkel! Hier war ich auch schon. Hier irgendwas anzünden. Die... Was auch immer für Säcke vielleicht. Ja, hier die Kerze. Hier ist nichts mehr, ne? Nö. Boah! Ne? Das geht nicht. Och, ich hole meine Bockwurst-Orientierung. Und dann noch ohne Licht. Hier. Irgendwas. Ah, okay. Ich muss hier mal... Na. Machst du hier mal zu. Fuck! Nimmst du diese. Nimmst du das da. Und das hier. Das war's anscheinend. Obwohl ich so ein bisschen Öl gerade echt geil fände. Ein kleiner Tischlabor. Alles klar. Was ich machen muss, ist ja klar. Ist hier nichts. Ist hier nur ein Ölfass, so ein kleines vielleicht. Das fände ich jetzt gerade ganz geil. Hier so in der Ecke. Wie immer. Na. Scheinend nicht. So. So. Gib mir mal das. Und... Das gleiche bitte auch hier. Oder? Oder bei welchem? Dem, ne? Bei allem, wo ich die Leitung sehen kann. Wenn ich hier mal überhaupt was sehen kann. Wo? Oso wah. How could I?